Wir teilen alle einen Rhythmus, aber zu oft geht dieser verloren. Verloren im alltäglichen Trubel. Die Anforderungen, die schlechten Angewohnheiten, der Druck, die Unsicherheit. Und es geht immer so weiter, wieder und wieder und wieder. Die Unfähigkeit, die ständige Wiederholung zu erkennen. Kein Gedanke daran, einmal zu pausieren. Durchzuatmen. Aber was, wenn wir das täten? Was wäre, wenn wir uns einen Moment der Achtsamkeit nehmen und unseren Willen zur Veränderung stärken? Erkennen, dass wir etwas ändern müssen. Egal wie groß oder klein. Präsent zu sein. Diesen Rhythmus nochmal zu hören. Dem, der uns erlaubt, unsere innere Balance zu finden. Zu atmen. Das gilt ein Rhythmus nochmal zu verstehen. Foi ein Rhythmus nochmal zu machen. Zäh ate einen Rhythmus nochmal zu dir. Vielen Dank.